Hier sind fünf Anzeichen, woran du einen Lügner erkennst, sodass du dich in Zukunft in der Schule, im Studium und auch im Beruf nicht mehr hinters Licht führen lässt. Erstes Anzeichen, wenn sich jemand mit dir unterhält und dabei immer wieder mit dem Blick abschweift. Zum Beispiel, wenn er sagt, ich habe damit nichts zu tun und den Blick dabei einfach nicht halten kann. Zweites Anzeichen, wenn jemand ganz unruhig mit einem Gegenstand spielt oder an sich herumzupft und so versucht, seine Nervosität zu überspielen. Drittes Anzeichen, wenn jemand, um Zeit zu gewinnen, die Frage, die du ihm stellst, einfach wiederholst. Zum Beispiel, wenn du ihn fragst, hast du meinen Stift geklaut? Und er antwortet, ob ich deinen Stift geklaut habe? Das zeigt dir, dass er sehr, sehr unsicher ist. Viertes Anzeichen, wenn der Inhalt einer Botschaft und die Körpersprache einfach nicht zusammenpassen. Zum Beispiel, wenn er sagt, ich habe mit dem Verschwinden des Stiftes überhaupt nichts zu tun. Das ist eigentlich eine klare Aussage, wirkt aber total unsicher durch die entsprechende Körpersprache, die er verwendet. Und fünftes und letztes Anzeichen, wie du einen Lügner entlarven kannst, ist, wenn er unwillkürlich Stresssignale aussendet. Also zum Beispiel rot wird, schwitzt oder sich ständig räuspern muss. Das ist eigentlich eine Körpersprache. Das ist eigentlich eine Körpersprache.